Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkomitäne, schön dass ihr wieder mit dabei seid und zwar diesmal bei der Auflösung unseres Giveaways für 2000 YouTube Abonnenten. Ihr hattet jetzt eine Woche lang Zeit, euch hier einzutragen, euren Kommentar dazulassen, so wie zum Beispiel hier Night Drive gemacht hat, World of Warships Ingame Namen nennen, die drei Wünsche aufgeben für Platz 1, den Maximalwert von 45 Euro und Platz 2, den Maximalwert von 20 Euro und Platz 3 auch den Maximalwert von 10 Euro. Also ihr hattet drei Wünsche und jetzt werde ich gleich drei Gewinner ziehen, erst Platz 3, dann Platz 2, dann Platz 1 und ja, dann werde ich an denjenigen, der hier alles richtig gemacht hat vor allen Dingen, den Gewinn ausschütten. Wenn es ein Schiff ist, dann werde ich das natürlich überprüfen, ihr werdet dabei sein, ich mache es so transparent, wie es eben geht, ob dieses Schiff schon im Bestand desjenigen ist und das möchte ich eben vermeiden, dass ein Schiff, was derjenige schon hat, nochmal verschenkt wird, um dann dafür irgendwie Dublonen zu kriegen. Das macht ja gar keinen Sinn, weil ihr euch hier auch Dublonen selber wünschen könnt, nichtsdestotrotz, ich werde es prüfen. So, mitgemacht haben hier 134 Kommentare, kann man so sagen, da sind dann auch teilweise nochmal Antwortkommentare dabei und so weiter. Ja, 117 Daumen nach oben, ein kleiner Daumen nach unten, man kann selbst mit Geschenken nicht immer Leute glücklich machen. Ich sage nichtsdestotrotz, vielen, vielen herzlichen Dank, auch jetzt hier an dem Punkt nochmal für 2000 Abonnenten, ihr seht, es sind inzwischen schon 2100, ist unglaublich, was ihr hier rockt. Vielen, vielen Dank dafür, für euer Vertrauen, für eure Zeit und ja, es ist Zeit, jetzt ein bisschen was zurückzugeben, also ein bisschen was mehr zurückzugeben als unsere Videos, sondern es wird jetzt gleich die drei Gewinner geben. Ich habe jetzt hier oben den YouTube Link kopiert von dem Video, gehe auf den YouTube Commentpicker, packe jetzt hier den Link rein, ihr seht das jetzt hier gerade, suche mir die YouTube Kommentare, Mount of Commenters 105, weil ich teilweise unter bestimmte Kommentare noch was runtergesetzt habe als Antwort, weil da halt Fehler gemacht wurden zum Beispiel, ist das jetzt schon mal weniger als das, was ihr sonst standardmäßig seht. Jetzt filter ich die Duplikate raus, also Leute, die doppelt kommentiert haben, werden jetzt rausgefiltert, jetzt sind es noch 104, also war ein Doppelter dabei. Ja, und dann geht das los, ne? Wir ziehen Platz 3 im Wert von 10 Euro, hat derjenige, was sich ausgesucht und der dritte Platz geht an. Jetzt wird es spannend hier, Rubber 66, er sind sich Dublonen, alles klar, Rubber, herzlichen Glückwunsch für deine Teilnahme und zu dann, was sind da, 1060 Dublonen oder irgendwie sowas wird das sein, keine Ahnung, vielleicht sind es auch mehr, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber ich passe das dann so genau an, dass es genau 10 Euro sind, ja. So, der zweite Platz, der geht dann an, pick another winner und dann schauen wir mal, wer jetzt hier was gewinnt, vielleicht ist ja auch nochmal jemand mit dem Schiff dabei. Ich würde immer Dublonen nehmen, Bastelpapier Punkt 1, Bastelpapier 1, so ist der Ingame-Name, muss man gleich aufschreiben. Bastelpapier 1, ohne Leerzeichen, auch Dublonen, also das heißt für 20 Euro Dublonen, kann ich sogar verstehen, ja. Es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man Dublonen hat, ob nur Kapitän, man ist einmal am flexibelsten und kann sich dann genau die Sachen raussuchen, die man eben noch braucht. So, darum haben wir es ja auch so eingerichtet, ja, weil das Spiel existiert schon lange, viele von euch haben schon viele Schiffe und so, deswegen machen wir das jetzt hier auch so. So, und jetzt kommt sozusagen der Hauptgewinn, ja, 45 Euro maximaler Einkaufswert im World of Warships Premium Store, den ich euch dann da direkt zur Verfügung stelle. Und, ja, jetzt bin ich gespannt, welcher Wunsch da rumkommt, und zwar Start. Jetzt wird spannend, wer gewinnt hier den ersten Platz? Parasite, se Maxim, er wünscht sich auf Platz 1 die Laso. Ja, also, das finde ich cool, dass sich auch nochmal jemand ein Schiff wünscht. Jetzt gucken wir, Parasite Maxim hat er da reingetragen, das machen wir natürlich dann so, wie ich eben versprochen habe, so transparent es eben geht. Er wünscht sich die Laso. Da gucken wir dann einmal hinterher. Kriegsschiffe. Man soll uns ja auch nicht nachsagen können, dass wir hier Regeln aufstellen, die irgendwie dann nicht kontrolliert werden. Wir gucken jetzt hier, die Laso. Wäre auch nicht so clever, wenn er da jetzt sich das Schiff wünscht, wenn er es schon hat. Oder schon mal gefahren hat, schon mal besessen hat. In dem Fall kann ich die Laso nicht entdecken. Also, herzlichen Glückwunsch, Parasite Maxim, zu deiner Laso. Herzlichen Glückwunsch. Also, Laso, ich muss jetzt hier noch kurz den Namen notieren. Unterstrich de Unterstrich Maxim. Alles klar. Dann werde ich mich jetzt nach dem Video sofort ran machen und euch die Gewinne zukommen lassen. Ich sage nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf die nächste Zeit natürlich mit euch, mit den Videos, einfach mit euch zu interagieren. Ich finde das immer wieder ganz besonders und ganz besonders intensiv. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn mir das vielleicht der eine oder andere gar nicht so glaubt oder weiß ich nicht was. Aber dieses Projekt, was wir hier haben, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich investiere sehr gerne sehr viel Zeit hier rein. Ich möchte auch, dass das gut wird. Und ja, es freut mich, dass ihr das genauso seht. Also, ich sage vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit den nächsten Videos hier auf dem Kanal. Und es kommen jetzt auch demnächst weitere Events. Also, Seacrauts, Ramadama, Spendenstream, Weihnachten steht vor der Tür. Also, könnt ihr gespannt sein. Auch da gibt es natürlich immer so ein paar Sachen, die man ja vielleicht noch mitnehmen kann, wenn man denn im Livestream zum Beispiel dabei ist oder halt in so einem Video wie hier. So, in dem Sinne, vielen, vielen Dank und ciao, ciao. Schöne Wochenende noch. Bis zum nächsten Video hier. Bis zum nächsten Video.